Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und grüßt die Überlebenden. Danke für eure Tapferkeit und euren Mut. Der Feind war stark, doch wir waren stärker. Und das heißt, ich habe die richtige Wahl getroffen. Wie ich es mir dachte, waren würdige Anführer unter euch. Dringil und Tartuccio, um genau zu sein. Was hat denn der kleine Mistkröten-Hexenmeister hier damit zu tun gehabt? Ihnen danke ich besonders für die Tapferkeit und Besonnenheit, die sie bei der Verteidigung des Anwesens gezeigt haben. Allerdings bedeutet dieser Angriff, dass wir noch weniger Zeit haben, als ich dachte. Jemand weiß bereits von unseren Plänen und versucht, sie zu durchkreuzen. Ihr werdet umgehend zu eurer Expedition aufbrechen. Ah, ich dachte nicht mehr, dass du mir den Rücken fällst, du kleiner, mieser, äh, Tartuffo-Typ. Lady Aldori, bitte, ich weiß, wer hinter diesem Angriff steckt. Der niederträchtige König von Pitax, Irovetti. Was ist denn Pitax schon wieder? Nachdem es lange Zeit als Zufluchtsort für Diebe und Schmuggler diente, ist Pitax inzwischen ein bedeutender Handelsplatz in den Flusskönigreichen. Es strebt außerdem danach, ein Zentrum der Kultur und Bildung zu werden, kann seinen zwielichtigen Ursprüngen jedoch nicht entkommen. Und ich weiß auch, wer der hier Anwesenden für ihn arbeitet. Nach einer dramatischen Pause deutet Tartuccio mit einem Finger auf dich. Dringil zeigt allen den Ring, den er tragt. Ja, das habe ich bei den einigen verlorenen Kämpfen gemerkt, wie gut das funktioniert. Wissen wird erfolgreich. Ah, ach, das wird vorher schon gewürfelt. Angreifen, Lügner. Was ist hier besser, Wissenwelt oder Diplomatie? Ich nehme mal Wissenwelt, weil es erfolgreich war. Ich habe keine Verbindungen nach Pitax, aber Tartuccios Namen, seinem Akzent und seinen Gewändern nachzuurteilen, stammt er von dort. Wer von uns sieht eher wie ein Spion von Irovetti aus? Vermutlich, ja. Aber dieser Beweis ist bestenfalls ein Indiz, sagt der Mann, die Aldori. Und uns ist definitiv ein Spion. Aber wer? Tartuccio oder Dringil? Im Moment steht Aussage gegen Aussage. Ich fürchte, ihr beide steht unter Verdacht. Amiri sammelt gerade richtig Pluspunkte, indem sie sagt, Ich wette mein Leben, und das sagt sie bestimmt nicht nur einfach so. Ich wette mein Leben, dass Dringil gewiss kein Spion ist. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er mit diesem Gesindel umgesprungen ist. Wie ein wahrer Krieger. Ich werde für ihn durchs Feuer gehen. In dieser violette Halunke allerdings. Amiri spuckt angewidert auf den Boden im Bankettsaal der Lokalfirsten, wohlgemerkt. Er hat die Augen eines Spions und die Visage eines Spions. Lady Aldori, hört nicht auf diese starkköpfige Barbarin. Sie weiß nicht, was sie da redet. Während des Angriffs hat Dringil sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat uns gezwungen, in die Rüstkammer einzudringen und euch zu bestehlen. Was heißt gezwungen? Klar gehe ich in die Rüstkammer, wenn ich ja kämpfen soll. Es wird sie nicht schlimm finden. Und nicht nur das. Nachdem der Rüstkammer in der Armour finden, hat er sofort alles gekämpft. Und nicht nur das. Als wir in der Rüstkammer den Sold der Wachen fanden, hat er sich sofort die Taschen gefüllt. Was war denn das? Was ist es denn hier? Ah, es verweist hier auf Dinge. Hier das Fettgedruckte, die Taschen gefüllt. Das Fettgedruckte verweist auf Dinge, die ich im Spiel gemacht habe. Auf Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das ist schick. Das gefällt mir gut. Moralische Entscheidungen. Manchmal muss sein Charakter schwierige Entscheidungen treffen, bei denen sein Gewissen oder dessen Mangel gefragt sind. Solche Entscheidungen beeinflussen die Gesinnung deines Charakters, sodass er Stück für Stück in Richtung gut oder böse bzw. rechtschaffend oder chaotisch schwenkt. Manche Dialoge verfügen über spezielle Optionen, die nur für Charaktere mit bestimmten Gesinnungen verfügbar sind. Aha. So. Ich kann sagen, rechtschaffend neutral. Also ich kann mich in Richtung rechtschaffend neutral wenden, indem ich sage, Wir hatten nicht vor, das Geld zu stehlen. Wir wollten es nur vor den Banditen in Sicherheit bringen. Genau. Das war ja seine eigene Argumentation damals. Und chaotisch neutral, kann ich sagen. Und wenn schon, die Wachen waren nicht in der Lage, ihre Pflicht zu tun. Also beschlossen wir, ihnen eine Lektion zu erteilen. Als Schurke würde Trinkli natürlich hier versuchen, sich rauszureden. Und deswegen Option 1. Wir hatten nicht vor, das Geld zu stehlen. Wir wollten es nur vor den Banditen in Sicherheit bringen. Hoffentlich klappt es mit diesem Wurf hier. Jethal tut dein Bestes. Äh, nein. Gescheitert. Äh, wie haben wir denn hier? Ach ja, man sieht das Wurfergebnis hier. Ähm, sie hat 4 gewürfelt. Was ich hier ganz ehrlich gesagt habe, war 15. Äh, 4, 4 gegenüber 15 ist aber mega gescheitert. Na gut, die hat bei einem W20 auch eine 2 gewürfelt. Das ist ja, das, 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 das geht schlechter. Ja, aber nicht viel. So. Also sie hätte, mal überlegen, ich habe ja Fertigkeitswert plus 2. Ich hätte um die 15. erreichen, also mindestens eine 13 würfeln müssen. Mit anderen Worten, 13 aufwärts hätte geklappt. Mit anderen Worten, es war unwahrscheinlich, dass man das schafft, weil es ja mehr, also 12 gegenüber 8 Möglichkeiten zu werfen beim B20. Das heißt, dass es gescheitert ist, ist okay, weil es war halt die wahrscheinlichere Variante, dass es nur eine 2 war, ist natürlich. Ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt ist, würde dasselbe tun. Trinkiel ist ein Schurke und ein Dieb, das ist schon völlig richtig. Du hast eine Handlung auch zuführt, rechtschaffenneutral. Fortfahren. Das war eine klartige Entscheidung. Manchmal muss man an einem eigenen Risiko und Perlen, bis man die Bänden von dem, was ermöglicht wird. Und Valerie wirft aber ein, das war eine vernünftige Entscheidung. Manchmal muss man auf eigene Gefahr handeln. Solange man die Grenzen des Erlaubten einhält, ist Eigeninitiative kein Verbrechen. Und Harim sagt, Diebstahl ist natürlich unverzeihlich, aber wenn man inmitten von Flammen an der Schwelle des Todes steht, ist es da nicht irrsinnig, sich über Gesetze und Regeln Gedanken zu machen. Was ist mit dem Trick, den er abgezogen hat, bevor wir hier reinkamen? Er wusste sehr gut, dass du mit dem Feind trinkst. Aber instead of rushing, um dich zu helfen, hat er so lange, wie er konnte. Er zerbricht alles, um die Menschen aus dem Feuer zu retten. Auch andere Regeln hatten die Dinge einfach gut. Er hatte natürlich auch, dass du zu late aufstehen und dich bereits tot finden hast. Ach, du kleine Mistkritik. Werde dir jedes einzelne Haar, werde ich dir, Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar alle. Nicht nur die, die wir gerade sehen. Er wusste ganz genau, dass ihr mit dem Feind trinkt. Aber anstatt euch zur Hilfe zu eilen, hat er getrödelt, solange er konnte. Er ließ alles stehen und liegen, um Leute aus dem Feuer zu retten, obwohl die Wachen alles im Griff hatten. Trinkiel hoffte offenbar, er würde zu spät kommen und euch nur noch tot auffinden. Ich glaube, egal, was ich da gemacht hätte, er würde immer so argumentieren, dass er einen Vorwurf draus machen kann. Ich kann neutral gut sagen, vor meinen Augen sind Leute gestorben. Wie hätte ich der Tat noch zusehen können? Oder neutral böse? Ich hätte sie nicht ohne guten Grund gerettet. Tote Soldaten sind nutzlos. Aber die Verwundeten konnten Kästen immer noch bei der Verteidigung des Anwesens helfen. Hm. Tja, was ist jetzt hier das Beste? Tja. Diplomatie 12. Schaffst du das, Jethal? Die Schwierigkeit ist identisch. Aber hier würde Trinkiel wahrscheinlich eher so versuchen, seinen mit Jauch übergossenen Ruf hier ein bisschen reinzuwaschen. Deswegen Option 1. Vor meinen Augen sind Leute gestorben. Wie hätte ich da tatenlos zusehen können? Really, Tartuccio? You're seriously trying to blame someone for saving people from a fire? Aha. Hat funktioniert. Ja, man, die Aldori sagt, ist das euer Ernst, Tartuccio? Wollt ihr Trinkiel wirklich vorwerfen, dass er Leute aus einem Feuer gerettet hat? Das gibt Erfahrung. Und wie war der Wurf? Ähm, Schwierigkeitsgrad 12. Ja, da war die Chance 50-50, dass man das erfolgreich macht. Er hätte mindestens eine 10 würfeln müssen. Und da war es eine 19. Die 19 hätte mir ja vorhin echt geholfen. Aber wenn ich jetzt die 2 geworfen hätte... Ne, die 17 habe ich geworfen. Aber wenn ich jetzt die 2 geworfen hätte, wäre es auch verkackt gewesen. Na gut, weiter. Und Lindsay wirft ein, möge Shannon mir ersparen, dass ich jemals eine solche Entscheidung treffen muss. Aber Trinkiel hat sich anständig verhalten, wie ein wahrer Anführer. Und Shannon ist eine Gottheit wahrscheinlich. Shannon, auch bekannt als ewige Rose, ist die Göttin der Kunst, der Schönheit, der Liebe und der Musik. Sie ist die Halbschwester von Zon Kuton. Sie konzentriert sich auf innere Schönheit, ebenso wie auf äußere. Im Rahmen ihrer Rolle als Göttin der Schönheit fördert Schelyn die Kunst, sowie die Komposition und Darbietung von Musik. Schelyn ist Kleriker, sind oftmals Selbstkünstler. Als Liebesgöttin unterschützt Schelyn das Ausleben dieses Gefühls in all seinen Formen. Sie ist keine Göttin von Sexualität, Lust oder Fruchtbarkeit und trennt scharf zwischen Liebe und Sexualität. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie erotische Liebe ablehnt. Die wenigen Paladine, die sie verehren, widmen sich der Minne. Oh. Fortfahren? Und Jettal sagt, ein wahrer Anführer hat klare Prioritäten und würde um irgendeines Dieners willen niemals das Leben eines wertvollen Verbündeten gefährden. Jetzt fällt ihm ja auch noch in den Rücken die Kuh. Schluss mit dem Geschwätz. Ich bin immer noch nicht sicher, wem von euch ich trauen kann. Allerdings ist das Risiko zu groß, die ganze Angelegenheit in die Hände eines Spions zu legen. Ich sage euch, was wir machen. Es werden zwei Gruppen aufbrechen. Eine unter der Führung von Tartuccio und eine unter dem Kommando von Dringiel. So kann ich wenigstens sicher sein, dass eine der beiden Gruppen meine Interessen in den Raublanden vertreten wird. Und Valerie mischt sich ein. Lady Aldori. Valerie verneigt sich respektvoll vor der Schwertfürstin. Die meisten der Leute, die in die Raublande reisen sollten, wurden getötet. Und die Überlebenden brauchen Hilfe. Bitte gestattet mir, mich der Expedition anzuschließen. Sehr schön. Ein tanklicher Walletank. Ja, die wird sich aber hoffentlich für mich entscheiden. Also, Yamandi Aldori sagt, Ich bedauere es zwar, eine so talentierte Kriegerin zu verlieren, aber ihr habt recht, Valerie. Sie brauchen euch im Moment dringender. Geht. Und möge aber da mit euch sein. Aber da ist der Gott der Städte, Gesetze und Händler des Wohlstands in den östlichen Drachen reichen auch als Gott der Mauern und Gräben bekannt. Gilt als sehr geduldig. Er nimmt stets eine neutrale Haltung ein und strebt mehr Zivilisation und Ordnung der Völkern an. Okay, hab ich glaube schon mal gelesen. Naja. Welcher der beiden Gruppen wollt ihr euch anschließen? Jetzt bitte keinen Fehler machen, Valerie. Ich brauche einen Tank. Nicht dieser kleine, violette Kröten-Typ. Wenn es Dringgy recht ist, würde ich mich gerne seiner Gruppe anschließen. Er scheint in meinen Augen ein würdiger Kommandeur zu sein. Kommandeure, militärische Anführer, all diese Gesetze und Regeln sind nichts als Staub und Tant. Ich denke, ich werde mit Tartuccio gehen. Ein, wie nennt man das? Ein depressiver Zwerg? Ja, wenn du das willst, bitte. Puh, das bin ich froh, dass die jetzt weg ist, weil ich die nicht heilen kann. Dringgy ist gut im Kampf, aber mir gefällt dieses spirituelle Gejammer nicht. Jäta überdachte die Gedanken, die du in einem Gespräch mit Diamanti offenbart hattest und fand in ihnen zu viel sinnlose Höflichkeit. Sie war nicht beeindruckt. Ah, okay. Ah, es ist echt schön programmiert hier. Das habe ich noch nicht gesehen, dass das so hier Auswirkungen hat, was man hier so tut. Also, gefällt dieses spirituelle Gejammer nicht. Ich bevorzuge Leute, die handeln, ohne Zeit damit zu vergeuden, jedem nichtsnutz zu helfen. Leute wie Tartuccio. Und Lindsay entscheidet sich natürlich für Dringgy. Oh, Tartuccio wird den ganzen Ruhm einheimsen und fertig. Shelyn, erspar mir solche Verbündete. Dringgy, ich gehe mit euch. Ihr seid ein Held, der meiner Fehler würdig ist. Das haben wir dann ja nur noch. Lass mich überlegen. Jetzt fehlt nur noch Amiri, richtig? Und sie sammelt weiter Pluspunkte, und zwar in rauen Mengen, in dem sie sagt. Da muss ich nicht überlegen. Dringgy, ich komme mit euch. Was dich angeht, du violette Kröte. Warte nur, bis wir uns unterwegs treffen. Dann knüpfe ich deine hinterlistige Leiche an einen Baum. Haha, die hat Stil. Also schön, wir haben zwei Gruppen. Um unterwegs unnötige Konflikte zu vermeiden, werdet ihr auf unterschiedlichen Routen in die Raublande reisen. Tartuccios Gruppe wird zu Nivaktas Kreuzung marschieren. Was ist das? Nivaktas Kreuzung ist ein Dorf am südlichsten Ende vom Rostland und wird von einer hölzernen Palisade geschützt. Durch das Dorf führen die südliche Rostlandstraße und auch der Weg zu der neu gegründeten Ansiedlung in Warnburg. Hier leben Fallensteller, Fischer, Jäger und Händler. Die Einheimischen sind ein hartgesottener Haufen und sehr misstrauisch gegenüber Fremden. Vor allem, wenn sie aus den Raublanden kommen. So. Der dortige Garnisonskommandant wird ihm jede Hilfe gewähren, die er braucht. Dringgy wird seine Gruppe zu Oleg Levitons Handelsposten führen. Was ist das? Olegs Handelsposten, das ist also im Süden von Rostland. Und das andere war im Osten, oder was war das? Auch Süden. Mhm. Na gut. Der gute Mann beklagt sich nun schon seit einer ganzen Weile über die Banditen des Hirschkönigs. Dort bekommt ihr sämtliche Vorräte, die ihr für eure Reise braucht. Ihr habt es bekommen. Rastvorräte und Rationen mal vier. Und eine tote Erweckenschriftrolle. Den Giel, ich würde euch gerne glauben, aber ich weiß nur allzu gut, wie überzeugend Verräter und Spione sein können. Wenn ihr wirklich unschuldig seid, hoffe ich, ihr könnt mir diese Vorsichtsmaßnahme verzeihen. Vorsichtsmaßnahme verzeihen. Ja, es wäre natürlich, also es ist zu viel verlangt, weil die Programmierung dafür extrem komplex wäre. Aber es wäre natürlich geil gewesen, wenn man am Anfang bei der Charakterentwicklung oder als das Spiel losging, dann noch hätte wählen können, ob man eigentlich wirklich den Helden spielen möchte, der hier irgendwie was tut, oder ob man wirklich den Spion spielen möchte. Ja, dann hätte das hier, hätte es an den genau gleichen Punkt kommen können. Aber da wäre Trinkiel in der Wahrheit tatsächlich der Böse gewesen, der hier oft war, hier Tartufo ist. Na gut. Machen wir weiter. Machen wir weiter, Kesten will investigate the night's events und lernen, wer in Restov arbeitet für Patox. Aber ihr müsst wissen, dass es nicht nur Patox wir müssen überraschend überraschend überraschend. Die Royal House of Sertova kann auch interferieren in unseren Plans. Ich habe versucht, diese Affäre ein secret von ihnen so far, aber das kann man lange dauern. Bei meinen Stimmungen, ihr habt noch mehr als drei Monate. Während eurer Abwesenheit wird Kesten die Ereignisse dieser Nacht untersuchen und herausfinden, wer in Restov für Patox arbeitet. Aber ihr solltet wissen, dass Patox nicht unsere einzige Sorge ist. Auch das Königshaus der Sertova könnte versuchen, unsere Pläne zu durchkreuzen. Bis jetzt konnte ich diese Angelegenheit geheim halten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Ich würde sagen, ihr habt höchstens drei Monate. Danach wird alles, was ihr erreicht habt, sinnlos sein. Oh, das ist dann eine zeitliche Begrenzung für gewisse Meilensteine in der Hauptgeschichte, oder wie? Königshaus der Sertova. Das Haus Sertova, die derzeit herrschende Familie von Brevoi. Aha, das ist also die... Also Restov, wo wir gerade sind, liegt ja in Brevoi, hieß es am Anfang. Das heißt, das ist die lokale herrschende Familie. Und die Aldoris hier, das ist nur so ein Lokaladel, und die Sertovas sind halt diejenigen, die über denen stehen. Mindestens eine Stufe. Also das Haus Sertova, die derzeit herrschende Familie von Brevoi, ist sowohl die älteste als auch die einflussreichste Adelsfamilie des Landes. Ihr ursprüngliches Gebiet war die Umgebung von Eishafen im nördlichen Isia, an den Ufern des Nebelsteiersees. Die Sertovas sind als vorsichtige und raffinierte Diplomaten bekannt. Vor der Invasion durch Koral, den Eroberer, waren die Sertovas als Piraten und Räuber tätig, und die Familie hat bis heute zahlreiche Kontakte zu den Seeräubern und Briganten der Region, von denen viele entfernter Verwandte des Sertova-Clans sind. Der Familienanspruch lautet, uns gebührt das Recht. Aha. Und jetzt, farewell. Diese Krieg war nur der erste Ordeel along your path, und du überkommst sie als echte Champion von Restov. Und nun, lebt wohl. Dieser Kampf war nur die erste Prüfung auf eurem Weg, und ihr habt sie als wahre Champions von Restov bestanden. Möget ihr alle weiteren Hindernisse ebenfalls überwinden. Fürchtet nichts, meine Freunde, und kehrt siegreich zurück. So. Da lädt was. Der erste Schritt auf dem Weg zum Ruhm ist erledigt. Nachdem wir eine schreckliche Nacht überlebt hatten, brach unsere Gruppe auf, um sich ihrem Schicksal zu stellen. Nehmt euch in Acht, Raublande, die Helden nahen. Ah, das hier ist offenbar Restov. Genau. Restov ist eine der beiden größten Städte in der fruchtbaren Region Rostland, im südlichen Brevoi. Die von Oberbürgermeister Josef Selemius geleitete Stadt ist ein Zentrum des Handels und der Kultur, das an die Flusskönigreiche, das Wirkwasser und die Raublande grenzt. Als Geburtsstätte des Duellstils der Eldori finden sich in der Stadt mehrere Duellierschulen der Eldori und Taldan, weshalb junge Anleger in Scharen dorthin strömen, um sich in dieser Kunst zu üben. Die bedeutendsten Einrichtungen dieser Art ist die Eldori Akademie, die gemeint als die beste Kriegerakademie in der Region gilt. Aha. Kartenbewegung. Das ist eine Karte der Raublande und ihrer Umgebung. Um aufzubrechen, klicke auf einen der Pfeile in der Nähe deines Gruppensymbols. Aha. Du kannst die Position wichtiger Orte in Erfahrung bringen, indem du mit Charakteren redest oder bei deiner Reise darauf stößt. Nachdem du von einem Ort erfahren hast, musst du den Weg dorthin selbst finden. Unterwegs kann es zu Zufallsbegegnungen kommen, möglicherweise wirst du von Monstern angegriffen, oder du triffst auf neue Bekanntschaften. Nachdem du den Schauplatz einer Zufallsbegegnung verlassen hast, kannst du nicht mehr dorthin zurückkehren. Aha. Was ist hier? Ach, du Kacke. Das ist das, was wir gerade sehen. Das ist die gesamte Karte. Wo müssen wir hin? Wir müssen zu Oleg und irgendwas posten. Huh. Weiter rauszoomen kann ich nicht. Das ist hier die Gruppe irgendwie. Ich muss nach Süden. Es hieß, ich muss nach Süden gehen. Ach, ich lese erst mal hier im Questbuch. Also, erste Schritt auf dem Weg zum Ruhm ist abgeschlossen. Saal verlassen, Linzi folgen, Yamanti Adori helfen. W-w-w-w-w-w, habe ich gemacht, jawohl. Hier, Yamanti im Kampf gegen die Assassinen helfen. Wie abscheulich ist das Monster, das in den Baguette eingedrungen ist, und wie heldenhaft und anmutig wird es ledig Yamanti ab. Wir müssen ihr helfen, sonst ist unsere Reise vorbei, ehe sie begonnen hat, und mit Yamanti sprechen. Wir haben gewonnen, aber es ist ein bitterer Sieg. Von all den mutigen Helden, die sich erst vor wenigen Stunden in diesem Saal versammelt haben, lebt nur noch eine Handvoll. Heißt das, unsere Expedition in die Raublande wird abgesagt? Mal sehen, was die Schwertfürstin zu sagen hat. So, und dann hier, das ist Bodengänge, das haben wir gemacht, das ist, äh, also können wir hier weg. Graubtes Land ist die neue Queste, gestohlene Lande. Ah, hier oben scheitert in 89 Tagen und 33 Stunden, das ist diese, ähm, diese drei Monate sind das. Wir brechen zu unserem ersten großen Abenteuer auf. Yamanti Adori, eine Schwertfürstin in Restorf, will herausfinden, wer ein würdiger Herrscher für die Raublande wäre. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich des Titels als würdig zu erweisen. Das Land vom Joch einer Horde von Banditen unter dem Befehl des blutrünstigen Beutelscheiters zu befreien, der gemeinhin als Hirschkönig bekannt ist. Zittert, ihr Halunken, wir kommen! So, zum Handelsposten gehen. Im Handelsposten eines gewissen Oleg Leviton finden wir Zugflucht und erhalten neue Informationen über die Banditen, also nichts wie hin. Und behaltet die Zeit im Auge. Yamanti Adori sagte, dass wir höchstens drei Monate Zeit haben, um die Raublande zu erobern. Das klingt, als wäre es reichlich Zeit, aber wir sollten dennoch im Auge behalten, wie viel Zeit vergeht. Ja, und dann? Gefährliche Rivale? Der Globetbeschwörer Tattuccio, der Rivale unseres Anführers, treibt sich irgendwo in den Raublanden herum. Er ist schlau, gefährlich und bereitet gewisse eine hässliche Überraschung für uns vor. So oder so, wir müssen ihn besiegen. Ja, so. Ich muss, wie heißt es, zu Oleg Leviton. Das muss ich erst mal finden. Ortsnamen anzeigen. Ach, das wird helfen. Restorf, jawohl. Oleg Leviton. Es hieß irgendwie Süden und so. Ach, was weiß denn ich? Ich habe ja das nicht gemerkt. Ich müsste mal irgendwie dieses Ding finden. Aber vielleicht kann ich das auch gar nicht finden. Weil ich auch gar nicht genau weiß, wo das ist. Ist das jetzt so? Ich werde mal gerade die Karte komplett abfahren, ob ich irgendwo diesen Handelsposten sehe. Und ich werde es euch gleich sagen, ob er irgendwo ist. So, ich habe es nicht gefunden. Also Restorf ist die einzige Ortschaft, die bisher auf der Karte verzeichnet ist. Was auch zu dem passt, was gerade gesagt worden ist. Dass man also erst Dinge entdecken muss. Aber hier steht, dass das die South Roseland Road ist. Also die südliche Rostlandstraße. Und ich glaube, es hieß ja irgendwie, dass man da lang muss, um dann irgendwas zu entdecken. Und damit ich nicht komplett... Äh, was habe ich hier oben eigentlich? Das ist vielleicht die Liste der Ortschaften, die bekannt sind. Aber hier ist halt noch nichts zum Aufklappen, weil erst Restorf bekannt ist. Damit ich hier nicht komplett, ähm, blind durch die Gegend laufe, werde ich jetzt hier das Video beenden. Das ist sowieso Zeit dafür. Und dann werde ich jetzt die Videos schneiden, die beiden letzten. Und dann werde ich ja wissen nochmal, was Yamanti Aldoni genau gesagt hat, wo dieser Posten von Olek und Bollek liegt. Und den steuern wir dann an, ab dem nächsten Teil. Bis dahin! Bis dahin!